und und ich war das erste Mal mit einer Laufuhr laufen hatte dafür kein Handy dabei und heute auch keine Kamera dabei hatte ich irgendwie keine Lust heute es hat auch sehr stark geregnet dachte ich, es ist vielleicht besser, wenn ich mich auf die Pfützen konzentriere hat nicht geholfen bin in eine riesen Pfütze reingetreten und musste dann 9km mit nassen Füßen laufen von den 30-5km ansonsten ist es super gelaufen hatte eine Pace von 4,56km und hat mich ganz gut gefühlt toll war es nur dunkel und nass das nächste Mal wieder mit Kamera am Sonntag 27km und mit der 9 Uhr da erzähle ich euch dann auch ein bisschen was Gute Nacht aus 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.